Schon wieder, du hättest mich schon wieder überfahren! Ähm... Au! Nein, du bist jetzt nicht wirklich rückwärts gelaufen, oder? Boah, nee, Sven! Warum läufst du rückwärts? Warum verfasst du mich? Ich hab 6500 Punkte! Ja, dann hol ne neue Max. Dann kriegst du mehr Punkte. Ich hol dich sogar ab, so nett bin ich. Alter! Ja, ich wollte gerade kommen, ob du dich reparieren, weil du Schaden hattest. Geh auf dich zu und dann läufst du rückwärts. Und ich werde von den Verbündeten verbeugt. Boah, Mann! Wo bist du jetzt gespawnt? Äh, Antwari. Wo ist das? War ich richtig? Keine Ahnung. Na, Karte? Ja. Weißt du, jetzt hab ich so gut, so lang und dann... So, wo bist du jetzt, er? Ich komm. Ach, da. Oh, ich bin den Berg hoch gesprungen. Nice shit. Langsam, ich komm. So, jetzt. Jetzt kannst du fahren. Ach so. Nein, es hat gefehlt. Egal, gib Gas, ich hab noch Munition. Ich hab auch mal so schön reingeschmissen. Fahrender Munitionsturm, ist doch auch gut. Fahrendes Luftabwehrgeschütz mit unendlich viel Munition. So lange ich ihn nur wieder aussteige und Munition trapp, ja. Weil, wegen dir, wegen dir hab ich schon zwei Tote. Er verdient. Stopp, stopp. Da ist... Nimm Lipp hinter uns. Ich treffe es natürlich nicht. Ich glaube, jetzt hab ich Schaden gemacht. Jetzt ist er weg. Gas. Ja. Wurde auch abgeschossen. Oh, davon ist ein Ding, pass auf. Ja, warte, ich über den... Geschützturm. Was übernimmst du? Die Geschützturm. Ich hab der Hellwert. Jetzt sollt ihr hier wegfahren. Du bist jetzt echt nicht ausgestiegen, oder? Einer muss doch die Luftverteidigung übernehmen. Da ist ein Havasa. Ja. Ich konnte jetzt nicht wegfahren, weil du da stehst. Warum steigst du aus? Gut, und dann bist du jetzt wieder selber schuld. Dass ich gestorben bin, bist du jetzt wieder schuld. Hättest du mich nicht gefahren, wären wir nicht... Überfahren, wären wir gar nicht in dieser Situation. Jetzt bin ich tot. Also ich bin wieder hier und kann dich abholen. Ich bin tot. Ja, ich bin wieder hier. Du kannst wieder aufs Spawn und ich kannst wieder einsteigen. Gucken, ob man nochmal wegziehen kann. Ich denke schon. Also ich habe 750 Punkte, ich kann eine ziehen. Ja, ich kann auch noch eine ziehen. Ich nehme jetzt ja an die Air Max. Ich muss immer noch aufladen. Was machst du? Wollte ich abholen. Ich bin unten. So, jetzt. Hier werden abgeballert. Von? Keine Ahnung. Egal. Boah. Unser Trupp ist hinter uns. Ja, als Verfolgung würde ich das auch sehen. Äh. Warum qualmt es hier? Das könnte da ein Ding sein, der Hawass, wo ich eben angeschossen bin. Das ist nix. Aber da oben sind ganz viele Panzerminen. Und ganz viele Skites. Ja, dann schieß ab. Wir sind so weit weg. Wir sind in der Geschwindigkeit. Wollte ich mich so hinstellen, dass du sie abschießen kannst? Nein, da fahrt du dem Rauch. Rechts ist Rauch. Rechts? Kann man denn um Rauch? Da raucht irgendwas. Das kann man töten. Ja, das ist einer von uns. Was für? Dem kann man helfen. Nee, dem ist nicht mehr zu helfen. Doch, dem ist noch zu helfen. Wenn du drüber fahrst, nicht. Nein. Ich steh direkt daneben. Du bist aber wieder drüber gefahren. Das ist ein Vanguard. Ich bin ein Harry Racer, ich kann dem nix. Du bist über den Typ gefahren. Der einzige, der der Leben verliert, bin ich. Ich hab niemanden getötet und auch niemanden Damage gemacht. Das hat ja keine Kacke. Wo bist du jetzt schon wieder? Die Lippe schießen. Und nicht treffen. Ah doch, jetzt treffe ich es zwar, aber. Wahrscheinlich stell ich den schon so hin, dass er auf die Lipp schießen kann mit der Hellbett und sie mit drei Schüsse wahrscheinlich kriegen kann er bei schießt nicht. Schon wieder, du wärst mich schon wieder überfahren. Quatschie Killer meint, wir sollen in seinen Channel kommen. Nein. Der ist runter auf Platoon. Quatschie Killer? Ach. Ja, wir sind eh gleich durch, danke was. Was zwar nicht für Quatschie Killer ist, aber. Ja, wir kommen gleich. Wir kommen gleich Quatschie, wenn du das jetzt siehst. Komm schon schießt. Irgendwas beschießt mich? Ja, das ist geschützter. Ja. Und jetzt ein Sandra und ein Harazer. Ich mach mal lieber den Abgang. Das ist eine Ge-Elexi. Und der Havasa verfolgt er und jetzt schieß er ab. Dann schieß er ab. Okay. Jawoll. Oh. Danke, du hast uns zwar geholfen, aber ich muss dich jetzt töten. Nimm die Munition. Fuck. So, jetzt stehen wir hier mitten im Nirgendwo und sind am Arsch. Du bist eh Anti, ja. Du musst mitten im Nirgendwo stehen. Mir wäre es praktischer, wenn ich hier was zum Fahren hätte. Dann brauche ich hier nicht so rumschleichen. Ich kümmere mich jetzt um die ganzen Geschütztürme. Ja, weißt du, wie weit weg wir sind? Ja, weißt du, was ich hab? Äh, äh, natürlich, das hat unbegrenzte Reichweite. Aber ich hole mir mal lieber den da drüben. Ja, dann bleibe ich aber nicht in der Nähe stehen, ne? Ja, dann lauf. Ich hab ihn schon zwei Volltreffer verpasst. Der raucht schon. Der raucht schon. Der raucht schon. Ja, trotzdem steckt da ein. Ja, warte. Transport. Ähm, 5. Ich hab euch noch Munition mit drauf gelegt. Viel Spaß. So kommst du schon Glas, oder? Ja, ich bin Überlebenskämpfer. Achtung, hinter euch ist jetzt der Ding, der jagt euch jetzt. Naja. Der, wo du vorher gesagt hast, ich soll dich angreifen. Der mein Gott. Ach so. Der ist so weit weg. Der nicht? Wohin fahrt der Typ? Brawler, Brawler. Brawler. Ja, schau. Meine Faske ist dir noch besser, wie die der weiß. Ich weiß nicht, wo der hinfahrt. In dem her. Oh, der Brawler will mich sehen. Tod. Tod will er mich sehen. Wollte grad sagen, macht er grad einen Teb mit dir aus. Ja, aber das lustige ist, ich hab Panzerabwehrmiede. Das heißt, wenn er jetzt unvorsichtig nicht verfolgt, ist er tot. Ja. Er schießt da übrigens gleich auf euch. Ja, er schießt auf euch. Ich schieß auf ihn. Ich schieß auch auf ihn. Ich sehe keine Anti, keine Flugzeuge. Warum greifen wir eigentlich die Station nicht an? Ich fand das sinnlos durch die Gegend. Das gefällt mir mal gar nicht. Ne, wenn man den Brawler wieder einen Volltreffer verpasst. Irgendwas geschießt. Ja, der Brawler. Du bist ausgestiegen, der mit dem Brawler. Du bist selber schuld. Aber was, der kann mir nix. Auch scheiße. Merk schon, du steigst gerne aus, wenn's irgendwie gefährlich wird. Aber das ist keine schlaue Idee, weil als Infanterie bist du noch leichter zu töten. Ach, verdammt. Gut. Ähm, ja. Wir brauchen noch ein bisschen. Und dann... So, ich hab jetzt die Geschütze. Das ist jetzt so viel. Oh, nicht nur die Station. Das wird mir jetzt echt zu doof hier. Ja. Was und das? Da, ich hab ein Fahrlangsgeschütz weggeholt. Jungs, das wird echt super. Ich krieg so dermaßen auf die Fresse grad. Das ist das andere noch geplatzt, anscheinend. Nein, der ist noch da. Der wird die Scheiß-Position. So, jetzt würde ich aber noch ein paar Kills machen hier in der Aufnahme. Auch da ist ein anderer gewesen. Da ist wieder der Brawler, den hole ich mir jetzt. Hm, meinst du? Ja, der raucht schon wieder. Das hätten... Aber der hat halt auch repariert, Leute. Der war... Einen. Dass ich selber halt, denke ich. Und dann sind's zwei. Jetzt. Soll ich von der Station aus abgeschossen. Wo ist der Typ? Also der ist da oben wieder. Weißt der, macht der jetzt... Willst der mich verarschen? Und jetzt wäre ich auch wieder beschossen. Ist doch... Ja, auch schon wieder... Boah, nee. Ich hab jetzt keinen Bock mehr. Ich hab jetzt keinen Bock mehr. Ja. Das war ein Beacon. Ich krieg da nochmal viel auf die Fresse, weil ich die verkehrte Waffe dabei habe. So. Kann er jetzt nicht sein hier? Natürlich kann das nichts sein, ist aber so. Er fährt einfach an mir vorbei. Und so, Herr Reiser, der wird nicht mitgenommen hat, ist am Weg einfach vorbeigechisst. Und hatte noch einen Platz frei. Ich bin halt repariert und mitfahren. Halt, du bist einfach der Squad Leader. Das bringt mir nix. Oh, jetzt ist er schon wieder Tote, Mann! Ist doch... Dann hol ich halt dasselbe Geschütze noch mal weg. Ist doch behindert. Ich steck euch den Rücke. Dann ist ja gut. Die kriegen ja nur von vorne auf die Fresse. Ja, das ist in meinem Fall euer Rücke. So, jetzt aber. Nein, wir haben keinen da mitgeholt. Irgendwo steht Jens Spion-Dings. Oh, schon, das Ding ist die ganze Zeit am Brennen. Kann natürlich sein, dass er bei Raketenwerfer gegen reparieren kann. Warum nicht? Inzwischen sind es drei Leute. Oh, das ist so, geht. Boah, Mann! Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Also, meine Freunde, ich werde hier mit auch die Aufnahmesession ist, ob ihr behindert. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Am Sonntag, ja, das ist eigentlich schon rum, war das Event von Orif. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich weiß nicht mal, wie es wird, aber ich bin mal gespannt, wie es wird. Und ja, deswegen sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschöö Servus